Musik Schon seit Jahren gehört der Züchel-Obenländer Hank Schizo zu den besten Schweizer Blues-Rock-Gitarristen. Jetzt ist er zurück mit seinem neuen Album Breather. Musik, die nicht schnauft, ist per Definition schon tot. Von dieser haben wir auch schon genug gehört. Das ist ein Bestreben, das wir schon lange im Platten machen haben. Dass man das Gefühl hat, man sitzt eigentlich dabei. Das ist mir wichtig. Ein Gespräch mit Hank Schizo über Kommunikation durch Musik, über Adriano Celentano und über zuckende Nasenhaar. Sonntagabend in der CH-Szenen von 7 bis 8.